Jo, Jungs, auf was habt ihr Bock? Auf jeden Fall ein Burger. Du weißt doch, dass hier kein Fleisch ist. Ehrlich, ich bin auch gerade auf Low Carb. Ich hab da auch keinen Bock drauf. Irgendwie Asiatisch? Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Boah, Jungs, wir müssen mal zum Porte kommen. Was ist denn? Mexikanisch? Mexikanisch? Wieso denn jetzt Mexikanisch? Da werde ich nicht satt von. Boah, dann bestellen wir einen Salat. Geil, da werde ich nicht satt von und du kommst mit Salat. Das ist immer das gleiche. Komm jetzt mal einfach als Konsens hier. Indisch. Nee, das finde ich auch. Indisch geht gar nicht, finde ich. Nee, gar nicht. Mit diesem Curry-Scheiß. Wir müssen mal irgendwann auf den Nenner kommen, Jungs. Und ehrlich gesagt, mit Asiatisch ist er auch doof, weil das halt Glutamat drin. Italienisch? Boah, ja. Italienisch? Ich meine, das ist der einzige Wunsch, den ich habe, ist vegetarisch. Das ist alles. Italienisch bestellt halt auch Salat. Italienisch ist so der Ikea unter den Lieferanten. Das isst irgendwie jeder. Das finde ich scheiße. Ja, aber der halt bietet wenigstens den größten Konsens. Da kann einer Pasta, einer einen Salat, einer frisst eine Pizza. Ich weiß auch nicht. Oder doch halt den Burger. Danke, Mann. Ja, dann. Guten. 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 Guten Morgen.